Oh, Patti ist glaube ich hängen geblieben direkt am Anfang. Naja, beim Ding. Hattet ihr auch nicht gemacht, ey. Also... Ich bin unter Part. Ja, safe, Mann. Wer hatte schon einen kleinen Vorsprung? Hat er nochmal gefehlt? Hat er nochmal gefehlt? Keine Ahnung, ich schaue immer denen zu, die vorne sind. Ja, aber... Die Driftet weg. Ja, Dan. Dan. Ja. Aber es ist eh eine letzte Kurve, es kommt noch. Ja, aber... Gedenk, 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 gedenk richtig gut, aber... Ja, für mal der rein. Uh, 52,9. Nicht schlecht. Gar nicht rein. Ja. Patti lässt spannend. Jetzt springt er richtig extrem nach rechts. Schon wieder? Für die Patti. Schon wieder leicht hängen geblieben hier. Oh, schuld. Nee, nee. Jetzt ist er extra ganz nach rechts gesprungen direkt. So, wo aber weniger... Also, wo er mehr Ertan macht, sondern... Mhm. Oh, mir leckt ein bisschen, ey. Also, Dan sieht irgendwie ein bisschen leckig aus. Ja, Dan hat die Zickzack-Spuren hinter sich. Ich dachte, die... Ich dachte irgendwie die ganze Zeit, dass der... ... da auf den Randstein kommt. Ah, der ist dagegen gefahren. Und dann... Der hätte aufgegeben. Ja, Malin ist auch hängen geblieben. Vielleicht. Der gewinnt Sücks noch. Ja. Obwohl er, äh... Obwohl er eigentlich den beschissensten Start hatte. Ja. Dementsprechend schlecht in Anführungszeichen ist auch die Zeit. Das ist der Letzter. Das ist der Erste von Garth. Wie es war mega knapp, wenn er mal ist. Wie es war mega knapp, wenn er mal ist. Das war jetzt nicht so optimal von Patte. Ja, und Dennis ist wieder irgendwie dagegen gefahren. Schon wieder. Ah ja, der ist voll langsam. Aber ein C muss ja noch kommen. Naja, sollte er. Ja, schon wieder eine Punkt 9. Nein. Dan wünscht, dass wir warten. Hm. Er... Kenn ich. Die Probleme. Bei uns Kabel BW. Das gleiche. Unitimedia Kabel BW. Das gleiche. Unitimedia Kabel BW. Auch ständig Probleme. Ja. Naja, ich... Der fett auch. Nur keine Panik. Oh damn. 22 Punkte hinten, ne? Ja. Ja. Was machen? Ja, wäre nicht schlecht. Ach, seine Maps kommen noch, ja? Ja. Ja. Doppelsieg für WWS. Ja. Ja. Da ist ja auch noch ein bisschen zu fahren. Ja. Ja. Das ist ja auch noch so. Ja. Aber vorhin hat es übel geregnet, ja also per PN, ja was hat denn gut? Ey ist denn jetzt, wird jetzt das Jod geskippt? Weil jetzt eine Runde gefahren wurde, weißt du? Der, wohl keiner closed. Achso, ja, Patte soll das machen. Naja, keine Ahnung wie das jetzt passiert ist, aber wahrscheinlich ist ein Timelimit drauf, oder? Ja, ich glaube aber auch, dass er immer meinte, dass die, ich glaube ihm ja closen muss, dass es als eine Runde zählt, dass nach fünfmal geskippt wird. Egal, es geht wieder weiter. Ja, Jigs ist wieder am Driften. Ja. Boah, ich leck der mega. Malin ist... Malin. Das war's. Boah. Monster weg, ey. Der ist wieder, oder? Ah, der ist wieder. Boah, der glück gehabt, dass er nicht rausgeflogen ist. Aber Malin fährt eine ganz andere Linie als die andere. Malin fährt die Wall viel höher. Warte, er hebt ab. Ich bin wieder mal... Ah. Wo ist Schüks? Ach, drin. Ah, ja. Das war das letzte Mal halt auch schon. Ja. Nächste Map. Fiasko. Da waren hier beide gerade gut, ey, ne? Malin. Ja. Und nix. Aber der, du Patt, den dachte ich auch mal, dass sie ziemlich gut sind hier auch. Tja. Könnte... Ich will ins Stream, Mann ey. Ein bisschen Zuschauer sind im Stream. Ey, der kann doch richtig komisch, ey. Dan... Dan... Ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, aber Dan wackelt bei mir so. Ja, der längst? Ja. Aber... Ganz komisch. Der... Der hat keine Bildstand, sondern der fährt einfach so... Der fährt so hütteln. Ja, ja, das ist immer so. Aber es geht noch. Na ja. Ach. Na ja. Töne. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Dann muss jetzt was wachen Oh Schicks muss schon Mars gehen Dann ist auch geil dahinter Oh, Dann geht ziemlich viel vom Gas Ja Wartes Runde Oh, doch nicht Dan kommt Oh, wo hat Dan den Speed her? Ja, Dan kriegt er noch Von den letzten Meter Wenn er die Wall jetzt nicht verkackt Oh, Schicks ist abgeflogen Oh, hat er die Wall komplett verkackt Oh, ist Marlin noch dabei Oh, come on Wer hat Schicks noch? Ich weiß nicht Ja, aber der packt es nicht mehr Der ist an dem Eck direkt vor dem CP Und dann ist der Laser abgeflogen Der Dan ist ja dran An dem, also an Packt zu uns Ja, aber Marlin ist ein bisschen weiter vor Die besten Chancen gerade Ja, hat schon die Hälfte Von den Punkten, die er braucht Ja, der hat die ein bisschen schlechter bekommen Der muss auf 4 laufen jetzt Dan ist schon wieder so unmenschlich vom Gas Aber jetzt geht halt am Ende die wieder FS Ja Und kommt wieder, glaube ich Dann beide vorbei Ja, ist gar nicht so dumm Wie geht das? Ach, Schicks ist schon wieder mit Lack Warte, ist letzt Jetzt holt Dan auf Aber mal, dadurch, dass er zweiter wird Faut er halt vorne weiter aus Ja, Dan denkt sich auch nur Jetzt werde ich hier ohne Erster Und er wird immer zweiter Ja, jetzt sind sie wieder gleich Gleich auf, aber dann zeigt sich ja nicht an Ich bin auf dem letzten, weil dann sehe ich das ganze Feld Ja, ja, versuche ich auch halt Aber wenn ich halt die Hotkeys drücke, dann zeigt sich immer random irgendeinen an Ja, ja, ich bin dran Ja, ich bin dran Ich bin dran Ja, ich bin dran